Liebe Zuschauerinnen und wie gesagt, vielleicht ja auch ein paar Zuhörer. Ich starte nun mit dem zweiten Vortrag und zwar geht es hier um die Diagnostik beim Brustkrebs. Wichtig ist mir hier nochmal ganz besonders die Vorsorge und Früherkennung. Denn diese beiden haben das Ziel, möglichst früh Veränderungen zu erkennen und die Mammografie kann es hier auch schaffen, tatsächlich Vorstufen schon zu erkennen von Brustkrebs. Und das ist der große Vorteil der Mammografie. Ansonsten ist es das Ziel, Tumore so klein wie möglich zu erkennen, weil ganz klar, je kleiner der Tumor, desto besser behandeln wir es. Zur Vorsorge gehört aber auch, dass Sie tatsächlich an die Selbsttastung denken, am besten nach der Periode, weil dann die Brust am weichesten ist. Und auch nach den Wechseljahren, doch ungefähr einmal im Monat nach der Brust fühlen. Zu Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt sollten Sie tatsächlich einmal im Jahr gehen. Sowohl für die Brustuntersuchung als auch natürlich auch für die anderen Untersuchungen der Gebärmutter. Es gibt ja seit ein paar Jahren das Mammografie-Screening. Hier werden alle Frauen zwischen 50 bis 69 Jahren automatisch eingeladen, bekommen entsprechende Informationen mit Flyern zugesandt und Termine, um dann hier quasi gut untersucht zu werden per Mammografie. Ansonsten ist die Mammografie, wie gesagt, eine mögliche Untersuchung, die Vorstufen entdecken kann, oder auch wenn Sie oder der Frauenarzt einen verdächtigen Befund haben, hier eine weitere Abklärung machen zu können. Die zweite Untersuchungsmöglichkeit der Brust ist der Ultraschall oder wie wir auch sagen, die Mammasonografie. Das ist ganz hilfreich, wenn wir einen verdächtigen Tastbefund haben oder wenn wir einen auffälligen Mammografie-Befund haben, gehört es immer dazu, dass man sich das auch nochmal in dieser Form der Bildgebung anschaut. Gerade bei einer bindegewebsreichen Brust und vor allem junge Frauen haben da eine sehr viel dichtere Brust, kann sich die Mammografie schwer tun und hier ist der Ultraschall mitunter sogar aussagekräftiger als die Mammografie. Der Ultraschall kann ganz gut die unterschiedlichen Gewebseigenschaften sehen. Das heißt, er kann unterscheiden, ist etwas flüssigkeitsgefühlt, also eine Zyste, ist etwas eher harmlos, oder handelt es sich doch um einen festen Gewebsknochen. Wenn es auch mit dem Ultraschall nicht eindeutig möglich ist zu sagen, das ist ein gutartiger Befund, dann kann man sehr gut unter Ultraschallsicht mit einer lokalen Betäubung eine kleine Probe entnehmen mit einer speziellen Nadel und dann noch einmal genau untersuchen und dann ist man auch sicher, was dieser Befund tatsächlich bedeutet. Die dritte Möglichkeit letztendlich der Bildgebung ist das sogenannte Kernspintomographie oder das MRT. Das funktioniert nicht mit Strahlenbelastung, das ist auch so eine Röhre, wie Sie hier gerade sehen, aber das Verfahren funktioniert mit Kontrastmittel und Magnetismus. Das ist ein Zusatzverfahren für ganz spezielle Fragestellungen, denn wir haben eine sehr genaue Bildgebung, die aber auch manchmal viele Dinge sieht, die dann auch abgeklärt werden müssen, bei denen es sich durchaus aber auch um gutartige Befunde handelt. Das heißt, das MRT kann manchmal auch etwas übertreiben. Das MRT ist natürlich eine kostenaufwendige Untersuchung und Kassen zahlen es nur in Ausnahmefällen. Da müssen ganz bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein, dass man einen Kostenantrag stellen kann oder es sind junge Frauen, bei denen eine Vererbung nachgewiesen ist, dass sie ein Risikogen haben für Brustkrebs. Diese Frauen bekommen tatsächlich das MRT bezahlt, da bei jungen Frauen, wie gesagt, die Mammografie nicht sehr aussagekräftig ist. Wichtig ist, dass wir tatsächlich versuchen, Tumore so klein wie möglich zu erkennen. Denn Sie sehen hier, dass wenn die Tumore nur 5 mm oder 10 mm sind, wir ein ganz langes Überleben haben. Das heißt, Menschen überleben ihre Krebserkrankungen. Das ist hier eine Statistik bzw. ein Graph aufgezeichnet, über 16 Jahre. Und Sie sehen, die obersten beiden Kurven sind die Frauen, bei denen der Tumor ganz klein war, als er erkannt wurde. Bei den anderen beiden Kurven ist der Tumor sehr viel größer gewesen, weit über 5 cm. Und da ist es leider so, dass wir doch den Fall haben, dass Patientinnen dann leider versterben an ihrer Erkrankung. Von daher, mein eindeutiger Aufruf, gehen Sie zur Mammografie, auch wenn das sicherlich nicht immer eine ganz angenehme Untersuchung ist. Denn bei der einen merkt nichts, beim anderen tut es etwas weh. Aber es ist tatsächlich die Untersuchungsmethode, die die größte Möglichkeit der Entdeckung hat. Das Mammografie-Screening findet zwischen 50 bis 70 Jahre statt. Es ist ganz wichtig, dass Sie daran teilnehmen. Die Datenlage der neuesten Auswertung ist so, dass durch das Mammografie-Screening tatsächlich 12.684 Frauen entdeckt wurden, die einen Brustkrebs hatten. Es ist ganz klar, wir sehen kleinere Tumorstadium bei den Teilnehmerinnen am Mammografie-Screening und damit können Tumore besser behandelt werden. Und es ist eine sehr hohe Qualität, was die Geräte vorweisen und auch die Befunde, die sich ständig auch weiterbilden müssen und ständig überprüft werden. Dadurch, dass sie alle zwei Jahre eingeladen werden, hat der Radiologe auch die Möglichkeit, dass er sich durch die Verlaufsbeurteilung, also durch die Vorbefunde, wirklich das nochmal sehr gut anschauen kann. Und dann auch kleinere Befunde entdeckt, die vielleicht sonst, wenn man keinen Vorbefund hat, doch auch dem Radiologen entgehen würden. Und diese kleineren Tumore können dann, wie gesagt, operativ, medikamentös, sehr viel schonender behandelt werden. Diese positiven Auswirkungen des Mammografie-Screenings haben auch dazu geführt, dass es Anträge gibt bei dem Bundesgesundheitsministerium, das Programm eventuell auszuweiten, was die Jahre angeht. Die Franzosen laden schon ab 45 Jahren ein und die Österreicher laden bis 75 Jahre ein. Zumindest Letzteres, dass wir das nach hinten verlängern, wird gerade sehr heiß diskutiert und macht ja auch Sinn, weil, wie gesagt, Brustkrebs ja leider Gottes im Alter zunimmt und nicht mit 70 Jahren aufhört. Von daher mein ganz eindringlicher Appell an Sie, geben Sie auf sich Acht oder wie wir das letztes Jahr im Rahmen des Mammografie-Screenings Tages mit Gib auf dich Acht sagten, gehen Sie zum Mammografie-Screening. Nehmen Sie die Einladungen wahr. Wenn Sie sie schon mal abgelehnt haben, dürfen Sie auch gerne dort anrufen und sich wieder anmelden. Das ist kein Problem. Wenn jetzt ein Brustkrebs leider entdeckt wurde, meistens eben durch eine Stanzbiopsie, die per Ultraschall, seltener auch per Mammografie gemacht wird, dann ist es für uns ganz wichtig, dass wir das ganz genau anschauen, bevor wir mit Ihnen die Therapie planen. Denn es gibt tatsächlich mindestens vier verschiedene Arten von Brustkrebstypen und die werden alle unterschiedlich behandelt. Wir haben daher Anforderungen an die Pathologie, dass wir gewisse Gewebseigenschaften von denen wissen wollen. Jede Zelle und auch jede Tumorzelle hat solche Ärmchen, mit denen sie mit der Außenwelt kommuniziert. Und diese Ärmchen, nennt man Rezeptoren, sind Andockstellen für zum Beispiel weibliche Hormone. Und wenn an eine solche Andockstelle ein weibliches Hormon andockt für eine Tumorzelle, dann bedeutet das, dass die Tumorzelle den Befehl Zellwachstum bekommt. Wir sagen dann, diese Tumorzelle hat einen positiven Östrogenrezeptor. Das ist wichtig, weil wir darüber eine Einschätzung des Tumors haben können und auch gleichzeitig ein Wissen, wie wir den Tumor am besten behandeln können. Es gibt noch andere Rezeptoren, die überprüft werden durch die Pathologen. Da geht es auch um Wachstumshormone. Auch da gibt es spezielle Medikamente. Dann sollte eine Tumorzelle ganz viele von diesen Andockstellen für das Wachstumshormon haben. Wir nennen das HER2-Neu. Dann gibt es dafür ganz spezifische Medikamente. Und wir wollen von den Pathologen natürlich auch immer wissen, welche Potenzial diese Tumorzelle hat. Also wie aggressiv sie sich verhält, wie schnell sie wächst. Diese Gewebseigenschaften werden dann zusammen mit den anderen Eigenschaften des Tumors, also wie groß ist der Tumor, sind Lymphknoten betroffen. Was für eine Sorte an Brustkrebs ist es, geht es eher von den Drüsenläppchen aus oder von den Drüsengängen. Und auch wie hoch ist das Alter natürlich der Patientin, die betroffen ist, zusammengefasst. Und dies dient dann der individuellen Risikoabschätzung. Und dann kann man ganz gezielt die Therapie planen, die sein kann, dass tatsächlich zuerst die Operation kann. Aber es kann auch sein, dass es sinnhaft macht, bei diesem Tumor zuerst eine medikamentöse Therapie durchzuführen. Manchmal können wir durch diese ganzen vielen Untersuchungen aber noch nicht ganz genau sagen, wie hoch das Risiko für die Frau ist. Da sehe ich sie eher in einem niedrig oder in einem höheren Risiko. Und wenn das so ein Graubereich ist, dann gibt es noch die spezielle Möglichkeit, eine Genuntersuchung am Tumorgewebe zu machen. Ein sogenannter Biomarkertest oder auch Genexpressionsuntersuchung, die dann extra stattfindet. Das ist eine Spezialuntersuchung, die ist auch ziemlich teuer, die liegt bei 2.000 bis 3.000 Euro. Die macht man dann eben, wenn man mit den anderen Untersuchungen das Risiko nicht gut einschätzen kann. Auch das machen uns die Pathologen der Universitäts-Heidelberg-Klinik in einer sehr, sehr guten Qualität. Da sind wir wirklich froh, so einen guten Partner zu haben. Gerade in den letzten Jahren hat sich unheimliches getan, was neue Therapien angeht, was neue zielgerichtete Therapien angeht. Wir werden immer mehr wirklich zur Präzisionsmedizin oder wie man das natürlich heute im Denglischen sagt, Präzision Medicine. Wir können immer mehr für die Patienten wirklich genau einer Therapie herausfinden, die wirklich speziell für diese Patientin geeignet ist. Dazu müssen noch weitere Spezialuntersuchungen gemacht werden. Sie sehen hier eine ganze Reihe nebendran. Das sind meistens Untersuchungen, die am Tumorgewebe stattfinden, seltener auch mal am Blut der Patientin. Die meisten davon spielen vor allem eine Rolle für Patienten, bei denen es leider zu einem Rückfall des Brustkrebses gekommen ist. Aber wie gesagt, da hat sich gerade in den letzten Jahren enormes getan. Da sind sehr viele neue Medikamente auf dem Markt, die wirklich hervorragend wirken. Und all diese Dinge besprechen wir für jede einzelne Patientin im Expertenkreis der Tumorkonferenz zusammen mit den Professoren des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen der Universitätsklinik Heidelberg und unseren lokalen Experten hier. Also da ist Frau Dr. Lahaye dabei als Hämato-Onkologin, Herr Neuhof als Strahlentherapeut, ich als Gynäko-Onkologin und noch unsere Kollegen von der Inneren und der Chirurgie, sodass wir uns da ganz intensiv immer für jede Patientin Gedanken machen, um eben die besten Therapien herauszufinden und ihnen zu ermöglichen, dass wirklich alle Therapien, die es heute schon gibt, auch machbar sind. Mein Fazit Wichtig, die Früherkennung. Nehmen Sie an Mammographie-Screening teil. Es ist wirklich so, Mammographie-Screening kann Leben retten. Die Diagnostik wird immer ständig besser und die ganzen Untersuchungen am Tumor werden immer präziser. Wir haben eine ganz große Menge an neuen Therapiemöglichkeiten, sodass sich hier weiterhin die Heilungschancen für Brustkrebs immer mehr erhöhen. Wir haben auch einen Verband hier von 13 Kliniken mit einem südwestdeutschen Brustzentrum, in dem jährlich 1500 Patientinnen mit Brustkrebs behandelt werden. Und durch diesen Zusammenschluss ist die Qualität der Betreuung wirklich sehr hoch. Und die neuesten Daten zeigen, dass wir hier eine Qualität erreichen, die dazu führt, dass doch fast 95 Prozent aller unserer Patientinnen geheilt werden können, was wirklich ein enormer Fortschritt bedeutet. Und das macht der Zusammenschluss aller Experten und die ganze Expertise möglich. In diesem Sinne, gib Acht auf dich!